Vorläufiges Zahlungsverbot oder Pfändungs- und Überweisungsbeschluss? Worum geht es dabei und was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden? Dieser interessanten Frage gehen wir jetzt in diesem Video nach. Also, bleiben Sie dran! Hallo, mein Name ist Daniel Herrmann und ich helfe Menschen, die in finanzielle Schieflage geraten sind, dabei die richtigen Schritte zu unternehmen, um ihre Schulden möglichst schnell wieder loszuwerden. Heute möchte ich die Frage beantworten, was der Unterschied ist zwischen einem vorläufigen Zahlungsverbot sowie einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, das Konto des Schuldners auch ohne Pfändungs- und Überweisungsbeschluss sowie auch ohne Gericht vorläufig zu sperren. Für diesen Fall gibt es das vorläufige Zahlungsverbot, welches nicht über das Gericht beantragt werden muss, sondern direkt vom Gerichtsvollzieher an die auszuzahlende Stelle zugestellt werden kann, wie zum Beispiel der Bank oder dem Arbeitgeber. Allerdings handelt es sich bei dem vorläufigen Zahlungsverbot nur um eine vorübergehende Anweisung, bei der dem Schuldner kein Geld ausgezahlt werden darf. Es wird quasi nur Geld eingefroren. Der Gläubiger erhält an dieser Stelle entgegen dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss noch kein Geld vom Konto des Schuldners. Ein vorläufiges Zahlungsverbot gilt allerdings nur einen Monat lang. Danach ist dieses wieder unwirksam. Sofern der Gläubiger sicherstellen möchte, dass er das einbehaltene Geld auch erhält, muss er binnen eines Monats den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss an den Drittschuldner zustellen lassen. Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss muss somit drei Wochen nach dem vorläufigen Zahlungsbefehl beantragt werden. Was ist nun also der Vorteil für den Gläubiger bei einem vorläufigen Zahlungsverbot bzw. warum gibt es ihn? Das vorläufige Zahlungsverbot wird schnell durch den Gerichtsvollzieher zugestellt. Damit kann sich der Gläubiger seinen Rang sichern und möglicherweise als erster Pfänden, sofern es noch keine anderen Gläubiger gibt, die gepfändet haben. Was kann man nun tun, wenn man ein vorläufiges Zahlungsverbot erhalten hat? Sobald man ein Zahlungsverbot vorliegen hat, sollte man umgehend sein Konto in ein P-Konto umwandeln und sich eine P-Konto-Bescheinigung besorgen. Sollte dies für Sie relevant sein und Sie haben noch kein P-Konto, dann habe ich Ihnen in der Videobeschreibung die Webseite schutzkonto.de verlinkt, über die Sie ganz einfach und sofort online eine P-Konto-Bescheinigung anfordern und Ihrer Bank zusenden lassen können. Ich hoffe, Ihnen mit diesem Video geholfen zu haben. Sollten Sie eine Frage zu diesem Thema oder einen Themenwunsch für ein neues Video haben, lassen Sie uns gerne eine Nachricht in den Kommentaren dieses Videos da. Wir bemühen uns dann schnellstmöglich um Unterstützung. Für weitere Videos zum Thema Entschuldung schauen Sie in unseren YouTube-Kanal, den Sie natürlich jederzeit abonnieren können und besuchen Sie uns auch gerne unter www.nullschulden.de. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Herrmann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Amen.